So ein schnelles Video zum Polo-Shirt von Herkela mit dem Namen Gerit. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Ich zeige dir die Gede. Das ist es aus Polartec teilweise gemacht. Schnell im Überblick gezeigt. Der Kragen sieht aus einem anderen Material gefertigt zu sein oder verstärkt, damit er dann halt mehr seine Form hält. Ich habe mir diesen in XXL und in XL bestellt, weil ich einfach auch eins für meinen Papa bestellen wollte. Ich zeige nochmal schnell den XL, den ich jetzt gerade auch trage. So sieht er aus. Körpergröße 1,84 kg, 100 kg am Gewicht. Man sieht, ich habe es extra jetzt nicht in meine Jeans hineingetan, damit man die Länge noch ein bisschen sehen kann. Hinten ist es ein bisschen länger als vorne. Der Schnitt ist gut, der Abschluss ist auch gut. Ich finde das Teil auch schön. Hinten gibt es das berühmte Herkela Logo. Wenn ich jetzt das so sagen darf. Zum Tragen angenehm. Qualität, wie man von Herkela erwarten kann. Und das ist auch schon fast alles zum T-Shirt. Hier unten gibt es noch Verstärkungen, dass das Material nicht so leicht aufgeht. Das finde ich auch noch ganz nett. Und ansonsten war es auch schon zu diesem T-Shirt. Ich hoffe, euch hat diese kurze Vorstellung auch gefallen. Und wünsche ich euch Waldmarsal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.